Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite. Heute gibt es die Woche 4 Deadpool Challenges und dazu werde ich euch in diesem Video alle Lösungen zeigen. Wenn euch solche Videos gefallen würde ich mich natürlich riesig übernommen, aber vorhin außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schaut auch gerne vom Twitch Kanal vorbei. Dort wird die nächsten Wochen einfach extrem viel gestreamt. Da jetzt auch bei unserer Schule wegen Coronavirus Schulausfall ist und danach eben mal Ferien sind, das heißt ich bin 5 Wochen einfach zu Hause. Da wird auf jeden Fall extrem viel gestreamt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst natürlich gerne ein Follow auf Twitch da. Ich würde sagen wir beginnen mit der ersten Challenge und zwar müsst ihr als erstes Katanas finden. Das eine befindet sich hier in dem Raum von Deadpool drin. Einmal raufklicken, dann habt ihr das. Der zweite Katana befindet sich oben im Upgrade-Tresor drin, also dort kommt ihr zu Deadpool, müsst ihr einmal reingehen und findet das erste. Das zweite befindet sich dann hier im Upgrade-Tresor neben der Spitzhacke oder neben der Axt hier auf der linken Seite. Dann habt ihr das. Und dann müsst ihr natürlich noch wie jede Woche die zweite Challenge machen. Diese Woche ist das für gegnerischen Gebäuden Schaden zu. Müssten glaube ich 10.000 sein, die ihr braucht. Macht man irgendwann einfach in Matches, egal ob mit Spitzhacke, Rocket Launcher oder whatever, geht sonst einfach in eine Runde Gruppenkeile rein. Dann solltet ihr das auf jeden Fall schaffen. Schießt einfach ein bisschen auf gegnerische Strukturen. Dann seid ihr damit fertig. Ich hoffe, es hat euch dieses Video gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann gleich im Livestream wieder oder im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.